Kann ja. Vorkommen. Bin ich richtig? Nein. Nein. Doch. Doch bin ich. Ich bin absolut richtig. Und ich muss an einem Machtposten vorbei. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Ah, das sind noch die, die uns mal hier eliminiert haben, als ich den Diamantenkoffer da drüben geplündert habe. Aha. Ich fahre mal da runter. Ich nehme mir den hierboot. Ah, mal wieder klasse eingeparkt. Ohne... ein Auto zu hinterlassen. Genial. Es liegt hier irgendwo... da... steht's. Kann man nur leicht erkennen. Oh, oh. Hm. Jetzt aber schnell weg. Komm, ich will losfahren. Ja, reparieren. Reparieren. Ha, ihr vollidioten. Ja. So eine dumme Leute, die habe ich selten gesehen. Ausfletten zur Klasse. Mann, ihr seid so dumm. Das gibt Rache. Das gibt Rache. Wollt ihr auch die Rache sehen? Ich will sie sehen. Absolut. Absolut will ich sie sehen. Was habt ihr mit meinem Boot gemacht? Scheißpänner. Scheißpänner. Jetzt. Ja, genau. Ich komme dir näher. Und hier. Wo ist das? Noch mehr? Scheiße, ich kann nichts mehr drüber zielen. Nein. Andere Richtung. Ja. Oh nein. Nimm Halt. Ja, ja. Verdammt. Wie lang? Nein, ich gehe schon wieder drauf. Ihr seid nicht solche die letzten Pferner auf der Welt. Mann. Kann man nicht mal das MG weiter rüber drehen? Sterben tun sie nicht, wenn man sie zehnmal trifft. Oder öfter sogar. Das regt mich an solchen Stellen auf. Könnt ihr ja verstehen wahrscheinlich. Nein, nicht wieder hier. Mann. Penner. Ja, schön. Akim Ekebi hier. Könnten wir uns unten am Durgon-Delta treffen? Ich habe einen Auftrag für Sie. Gut, dann machen wir den Weg nochmal wegen den Vollidioten. Den selben Weg. Diesmal ist mein Rache noch viel schlimmer. Äh, ja hier lang. Nicht, dass sie mich verfahren. Eine Werbetafel. Ähm, schon. Nützlich. Ich bin ja mal gespannt, wann der Posten jetzt endlich kommt. Oh ja. Oh ja. Da. Ab jetzt. Ah, was für was. Die werden mich gleich verfolgen, habe ich das Gefühl. Holen mich natürlich super schnell ein. Jetzt bin ich auch nicht mehr schutzlos. Ja. Toll. Gleich auf Anhieb. Hat's funktioniert. Und ich bin fast da. Ich bin fast da. Wenn ich dort bin, schnell speichern. Endlich wieder Savanne. Ach, ich liebe sie. Wow, ich wollte nur ein bisschen Holz fällen. Ich steck fest. Nein, nicht da. Oh. Ach, Mann. Sagen wir, top eingeparkt. Top vor allem, weil der Typ da kommt. Das war nicht das, was ich wollte. Das wollte ich. So. Kann ich jetzt vielleicht weiterfahren? Nein. Kann ich nicht. Schlecht. Schlecht. Aber, bin ja fast da. Ein einsamer Umherwand. Wanderen. Wanderen. Look, du. Komm, komm, komm. Hm. Schön. Bin ich jetzt mal da? Ich komm mir grad zuvor, wenn ich da voll vorbeilauf. Ein kleiner Spezial-Effekt. Ah. Ist der Busch? Der Busch hier, halt so. Mann. Ich will doch nur da rüber. Was mach ich eigentlich falsch? Oh. Eine Tablette. Gut, dass wir noch mehrere haben. Ich will doch nur da rüber. Muss es doch irgendwann mal da rüber gehen. Eigentlich hätte ich ja schon längst da rüber gehen können. Hätten die Spiele-Entwickler wenigstens mal so einen Felsen eingezeichnet, dass ich weiß, ich kann da nicht rüber. Nein. Gar nichts. Bitte seht mich nicht. Wie ich hier den Felsen umlaufe. Ha. Yes. Du siehst mich nicht. Wunderbar. Kommt ein Auto? Nein. Ha. Hallo. Ich bin einmal zerfasst rumgegangen, weil da kein Weg hinführt. Hm. Bald bin ich da. Bald. Irgendwann. Ich wäre sogar am roten Ziel jetzt dann schon fast. Also es ist nämlich da oben. Da. Mann, kann ich da nirgends hin, wenn da laute Felsen sind? Es regt mich jetzt wirklich auf. So was. Toll. Toll. Was mache ich eigentlich falsch? Könnt ihr mir so was sagen? Was mache ich falsch? Was? Komm. Nein. Ich mache alles falsch. Nein. Mann, hey. Könnt ihr mich für eine Sekunde mal in Ruhe lassen? Scheiß Mörser. Und ich will nur darüber. Wenn diese Posten unerreichbar ist, spreng ich das Spiel jetzt dann gleich. Okay. Und ich habe mich. Vielen Dank.